Und ich habe früher in der Schule wirklich nichts gelehrt, bis auf eine Sache. Dabei, wenn ich so meine Top 3 Tipps fürs Texteschreiben geben würde. Wenn man rausläuft und 20.000 Leute schreien, dann kriege ich Gänsehaut. Wenn ihr eine Band gründen wollt, dann stellt sich als erstes die Frage, als was wollt ihr das dann machen? Wir befinden uns jetzt ungefähr vier Wochen vor Release. Ein guter Pitch sieht so aus und dann irgendwann macht es Klick. Und nur dann können eigentlich die Sachen entstehen, die wirklich spannend sind. Da draußen wollen dich Leute finden, die wollen deinen Song hören, die wollen dein Album haben, deswegen stellst du ihnen auch zur Verfügung. Kunst machen, Musik zu machen, das ist eine Lebensform. Das bin ich. Immer. Hey, my name is Körs. Ich bin Matthias Krant. Mein Name ist Julian. Ich bin Matthias Krant. Ich bin Matthias Krant. Wir brauchen dich goodies. ich bin Lao, Renault isolierd,